Shirin David. Jetzt lässt sie Helene Fischer alt aussehen. Besser als Helene Fischer. Shirin David macht die Schlagerblondine platt. Wer hätte das gedacht? Helene Fischer, 39, Deutschlands erfolgreichste Schlagersängerin, zieht im direkten Chartvergleich mit Shirin David, 28, den kürzeren. Ganze sechsmal. Shirin David stellt Mega-Rekord auf. Sechsmal ist David recht. Nach Gib ihm. Ich darf das. 9-0, 6-0, 1-1-1, lieben wir. Und Bia Hö, Brega Hö ist es der Rapperin erneut gelungen, mit einem ihrer Hits den Chart Orbit zu erobern. Shirin David kommt derzeit viel herum. Nun erzielt sie einen ganz besonderen Rekord. Die gemeinsam mit Helene Fischer entstandene Neufassung. Von Atemlos durch die Nacht markiert ihren sechsten Raute einen Hit, lässt offizielle Charts auf X, ehemals Twitter, verlauten. Das Besondere. Shirin David ist es mit der Helene Fischer Nummer als allererste deutsche Musikerin gelungen, einen derartigen Chart-Erfolg aufzustellen und damit sogar die Schlagerblondine abzuhängen. Wir gratulieren ihr von ganzem Herzen.